hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge never mit mir und dem kubi ja mit dem kubi ich bin noch nicht mehr alleine aber ich bin arm wie wie sau ich hab echt nichts mehr also wenn ich dich sehe dann bewerf ich dich sofort mit granaten ich hab nämlich welche ja ok ich baue dich dann gleich um hammergeil aber zelbi schreibt mir noch im ts ein wenig denn es wird so sein dass ich dem klan von denen dann beitreten werde und kubi nicht weil er scheiße ist ja wie kann damit als er spielen aber es ist halt irgendwie ein klan mit die sie wollen halt eben nur wie viele leute sind auf dem server 24 finde ich ja keine woche keine angst haben dann ja ist halt 20 vom alter her wollen sie 20 plus haben kubi sag mal wo du bist bevor ich dich aus damit sich nicht auslösen wegballern mit dem sniper na ja ich bin unterwegs ach so du läufst da die dicke straße entlang ja dann komme ich da oben auf der dicken straße oben drauf ja wo ich würde dieses teamgeräusch jetzt gern weg machen aber ich kann nicht ja ab und zu wird es halt mal auf plopp machen oder so müsste ich nicht gehasst fühlt oder sowas liebliches geräusch alle wie die alle ich lasche gerade auf der straße rückrichtung sonne ist natürlich ein gebäude davor und dann kommt da so langsam die sonne vor allem heute vor saugeil aus ich finde die sonne ist auch ziemlich gut gemacht im spiel ja also ich habe ich habe was du bist du das alter kann gedacht der ball hat mich ab und hab schon dann bist du schon bei mir ich bin über dir normalerweise bist du bist du unter dieser dicken straße ich zeig dir mal wo ich bin da warte ich bin im gebäude ja ich sehe ich dir helfen wenn ich dir helfe lock ich noch mehr an weil ich helfe dir mal okay ich habe dir nicht weil ich habe mal mit dem sniper gesagt komme ich glaube nur mit sniper rum und dann dann kam dann wirklich noch mehr da kommt noch ein fisch auf dich zu alter schießt du mit sniper ja du das nicht doch kommt da kommen immer mehr immer mehr das lustig ja gut dann hast ja hier ist nicht mal abschießen was ich mal abschießen nee habe ich keinen bock darauf ich bin oben auf der straße siehst mich oder ja ja gut du stehst da und mit am wagen ist mir bei ich auch ordnet wenn die einfach nur in den bali geht ich sehe leute rein laufen drei stück drei stück alle unbewaffnet nehmen pistole vom autos nach links laufen welchen autos lakeside sie sind wieder beim autos die gehen nicht weg die sind sie sind obendrauf diesen der station ja ich hätte sonst alle weggerotzt da hätte ich jetzt auch immer bock gehabt ach da dahin siehst du mich oder ach so du siehst die leute wir wollen was machen wollen wir uns ein camperspot suchen ich habe da bist du oben bist du oben nein okay da ist einer oben gewesen und ist mir der herr ist mir ist oben gewesen und ist gerade gegen den golem gestorben ja der golem ist jetzt unten da ist jemand oben auf der brücke verreckt ja gönn dir ja auf jeden fall hammergeil ich hätte nicht gesehen der hat mich der hat mich umgefickt wie sonst was hast du denn eine waffe dabei ich guck gerade mal der hat rucksack dabei ja ein päckchen von westview ja geil ich gibts ich gibts gern für ihn ab gern geschehen so fängt meine aufnahme an ja man Leute merkt es euch immer schön bei mir in der nähe sterben ja komm ab zack ich komm mal hochgeratsch gleich brauchst du gar nicht flieg mit dem gleiter runter wo wollen wir hin jetzt wow ich greif jemand an krieg schüsse ab ja deswegen wollte ich hoch greift irgendjemand mit dem sniper an flieg runter hm flieg runter hm flieg runter ne ne ah hammergeil weißt du willst du irgendwann mal einem helfen bist du tot? ne ich bin nicht tot aber ich will wissen von wo der snipet ich bin unter der straße ne hast du schüsse gehört auch sniper schüsse gell? ne ich hab eigentlich nichts gehört ok ja gut dann kein bock zu rennen alter kein bock die scheiße zu verlieren ja du bist du bist ja da schlimmstenfalls aber du bist doch gekillt ach quats ich werde doch nicht gekillt oder? ne eigentlich werde ich immer gekillt selbst wenn ich gekillt werde ich will einfach mal wieder sterben ey das ist langweilig aber nicht verreckt ohne witz ich bin grad weg gehoppt wobei happy hat mich ja letztes umgebracht ne ja du bist ja gestorben ehrenvoll ne ja nein nicht wirklich gut geh mal in die safe zone welcher? lakeside ja kurz zeug abgeben na gut dann kau ich mir noch money ja mach das gönn dir reichlich ja man du hast ernsthaft nicht geschossen ach die ist compromised fuck ich hätte die wegballern können ich hätte die wow sniper schuss aua eben mich ich hätte die wegballern können wahrscheinlich aus der safe zone ja 100 pro ja ok ich geh zurück ja pipe sniper museum outpost oh fuck total nah oh fuck total nah schüssel was irgendwas museum outpost ne ne blackside ich bin in der ne in lexside können wir nicht reingehen ja aber da da hocken sie ja ich weiß ja ich weiß ich komm mir grad nicht raus da war ich wahrscheinlich direkt weg ne ne kannst du weiterlaufen die schüsse aah der hat mich erwischt alter ich hör wie sie ans gebäude prallen alter hat der mich erwischt der hat mir 400 damage gemacht das ist äh ne schlechte sniper versuch irgendwie zum museum outpost zu rennen ich kenn mir die jetzt alter ne alter ich hab stuff dabei stuff den hier piss dich du dummer hunter alter wie viele viecher auf einmal was geht denn da ab ich geh mir kurz äh lebst du noch ne mhm ok ich geh kurz mich verstecken geh mich kurz ein klein wenig heilen und dann äh suche ich mir einen sniper spot und guck mal ob ich welche wegkauen kann ok ja meine knaschen hier krieg alles weg gell an Viechern oder dich auch an Viechern und auf mich wurde auch geschossen aber haben nicht getroffen ok ja ich werfe mal zeug von dem weg westview mto museum trading outpost ja da das zum museum trading outpost gehen die das das päckchen das der hatte war ähm zum museum ok dann rennen wir da jetzt durch ich bin schon ich bin schon drüben ne ok warte ich springe über die straße vielleicht war ich weggesnackt geh hinter der mauer lang alter mich greif hier mal an das schweig ja komm ich bin mal fracker warte komm wir machen es so ich geh jetzt da rüber alter es sind mehrere wo wo denn ficken alter ficken alter ja komm ja ich hab einen weggerotzt alter die schüsse alle mit dem sniper im nahkampf no scope warte ich helf dir gleich ich komm zu dir alter mein herz ey da oben bist du ok ich glaub der ist auch ne ich bin unten ja ne aber auf der karte halt oben ja ja ich renn weg einer von denen lebt noch einer lebt noch ja den anderen habe ich weggerotzt ok dann pass ich auf weil ich bin bald so bei dir alter hab ich nen schock ey ich renn grad weit weg weil wenn ich weit weg bin habe ich mehr chancen zu überleben war der oben oder in nem gebäude oder wo war der unten unten in nem gebäude ne aber nur unten ok dann wird er jetzt vielleicht hoch gehen um dich zu snacken ich geh mal in nem gebäude rein relativ weit hoch und guck mal ok hab ihn gesehen er ist beim gebäude aber er hat mich nicht gesehen der weiß nicht wo ich bin äh er ist er ist ungefähr hier ja da ach so das warst du vielleicht also ich bin schon drin in nem gebäude ok er ist aber nicht in der näher der hebt vielleicht erst mal nen stuff von seinem kumpel auf aber alter ich hab den den kumpel vor dem no scope weggeballert im sniper alter was ist hier grad los ohne spaß warte mal hier oben ist viel loot ich hab kaum noch stuff irgendwie unten in dem häuschen ist loot drin weil ich den angekillt hab ähm wollen wir was machen soll ich zuerst zum soll ich irgendwas abgeben aber ich hab jetzt die werfe von ihm nicht mitgenommen der eine hat versucht mich mit der mit der lopez weg zu ballern war eindeutig ein lopez da hab ich ihn aber weggerotzt ok ich seh den einen wieder er läuft zum haus zurück und holt sein zeug wieder ich cap mich hin und guck ob ich ihn weg rotzen kann wenn ich ihn sehe du bist auf der straße jetzt ich bin äh ich lieg da auf der straße ja ok ich bin hier oben in dem eingebäude drin wenn du auf der karte guckst weißt du meine richtung ja ich weiß wo du bist ähm kannst du hast du nen gleiter dabei ja ja ok lass verpissen gleit äh kannst du auf das haus gleiten äh ne auf die auf die dicke straße gleiten ja gut dann verpisse ich mich jetzt von hier und dann gehen wir zum museum outpost ok ich gleite auf die straße ja auf die straße oben drauf halt die hohe straße eben verpisse ich mich und dann guck ich dass mich niemand dass niemand mich verfolgt und dann geh ich äh warte wir gehen zusammen wir gehen zusammen ich bin jetzt äh unter der straße und äh da wo sie hoch da wo sie unten äh unten ankommt bin ich jetzt alter wie ich den weggefickt hab den einen hä das geb ich mir in der aufnahme nochmal aus als triumph warte ich flieg runter ist etwas sicherer ah monster alter da hat jemand mit dem kleider runter ne mantis und alles alter hinter dir rennen rennen geht mir ab ok da ist es weg brauchst du Hilfe bei mantis mhm ok er hat eine painpill droppen lassen ich dachte der mantis wäre ein spieler ne weil der so geglitten ist ey ja Achtung vorder ich find's merkwürdig ähm ok schnell in die save zone warte mal kurz warte mal kurz hier sind wir sicherer also wenn hier von unten einer ankommt also wenn hier von unten einer ankommt ah du bist schon unten ne ne ich bin neben dir ah ok weil dann würde ich gucken wenn wir da aufs haus drauf gehen haben wir einen guten ausblick mhm falls da irgendjemand hier jala 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 machen will ankommen will und hier spaß haben will ich hab fast keine money mehr für die pistol du hast du hast cash noch gell ja ja etwas ja boah die sniper hat mir so no scope das warte wir gehen jetzt auf das haus raus ähm und fliegen dann in die save zone rein ok ja alter mein herz ey boah das ist aber auch irgendwie geil wenn hier so übel spüle einhandeln und man sich einfach übel empfängt ist aber ich weiß nicht ich weiß nicht ob wir jetzt in äh ich sag mal einen einen clankampf äh ob das so einer war ja oder ob das einfach nur leute waren denen langweilig war ja hier kann man drauf und hier kann man rein lol ok bin im haus bin ne etage weiter unten alles klar ja ich flieg in die safe zone ich check erstmal noch ich check die safe zone noch ok ist doch eh safe oder einer ist drin mit ner schrotze ist die andere attack? ne ne aber da ist einer drinnen ach ich bin runter gefallen ok ich renne rein und sonst sieht sicher aus ich bin drin alter das war ein gefailter angriff von denen und hätte ich war aber geil hätte ich nicht gewusst dass die ähm ne hätte da ist ein watcher drin im haus ist ein watcher und ich bin voll an dem vorbeigelaufen ähm hast rausgesprochen ja hätte ich nicht gewusst hätte ich vorher gewusst dass die safe zone compromised ist ich hätte die so weggeballert ja ne instant weggeballert ich weiß nicht und du hast es am anfang hast du noch kurz gesagt ja die safe zone compromised kann ich reingehen ja ok warte hä alter ich hab jetzt erstmal hier so mega fail so päckchen red trader wo ist denn der ja ballert irgendwer ja ja ich achso ich speist dir account level 15 exchange dings zeug ja jetzt kann ich mir money holen oder ne wie viel geld hast du noch dabei oder ich habe noch 5800 also auch nicht viel überhaupt nicht ja ok dann wir dürfen nicht mehr so abgehen wir dürfen auf jeden fall nicht mehr so hart abgehen guck mal ich bin jetzt level 18 aber ich will erstmal zeug reinhauen boah du weißt nicht wie mein Herz grad kloppt ja doch weißt du natürlich weißt du das alter ich bin grad so megamäßig achso willst du ne pipe sniper oder sowas haben ne ne ich hab drei stück ich hab drei pipe sniper deswegen achso ich hab nur bullshit hier nein katana kann man immer mal gebrauchen drop drop ich mein guck mal jetzt so arm wie wir dran sind kann man theoretisch auch mal ein paar schlüssel mitnehmen ja ich hab auch ich hab immer 23 stück dabei muss ich jetzt was sagen ich nehme mir jetzt auch noch mal zwei mit dann habe ich noch dann habe ich noch